Laufen geht schneller als Hüpfen also hoch da aber ich denke mal ich sagte hoch da kannst du nicht laufen ich denke mal solange ich das noch sage laufen geht schneller als Hüpfen muss ich noch mehr Jumping Action üben Look behind you fuck you fuck nein 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 was zu muss das so oder wollen die mich hier alle verarschen oder ich war am gewinnen ich hätte ihn fertig gemacht was soll das ich mach dich fertig ich bring dich um da oben ist auch ein Auge ich glaube sobald ich einen Bogen habe lauf ich nochmal zurück und schieße in alle Augen rein dann mal gucken was passiert da hinten ist dann Rubin und da hinten ist eine Tür und ich muss sie sparen anscheinend habe ich den Rubin bekommen warum auch immer ist der Creeper weg warum ist der Creeper weg ich glaube ich habe das Spiel gefickt aber ich habe schon mal den richtigen Weg gefunden da oben muss ich mit dem Schlüssel hin okay bumm 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 verzieh dich Achmed okay die Tür zum Boss habe ich schon mal gefunden links rechts links rechts links 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 mal schön Rücken an der Wand man weiß ja nie was hier auf einen zukommt stirb, stirb, stirb er hat natürlich auch wow du kannst ja schießen Idiot verzieh dich ich will nicht dass du schießen kannst du bist Bogenschütze du bist fies Bogenschützen haben noch für gewöhnlich weniger Leben als Schwertkämpfer Goldschlüssel und noch ein Gold Key und ich weiß schon wo ich zumindest einen davon anbringen werde nein ich weiß schon wo ich beide anbringen werde ich tippe ja mal stark auf Selbstschussanlage ich tippe ja mal stark auf Selbstschussanlage schatz aus der Verkaufs ich habe ja diesen dann mit dem Schlüssel du kannst den Anrigen blocken Logik in der Tat das ist es damit schon mal das gelächter wie jetzt ist jetzt irgendwie kann es jetzt sein, dass das irgendwie die Selbstschussanlage im Arsch ist? haha Respawn gut ich bin hier aber das macht gar nichts ich hätte eh zurückrennen müssen und so hab ich hier noch irgendwas übersehen? kann ich hier noch irgendwo hin? nein das hier war der Raum mit Selbstschussanlage dann statt den Schild zu benutzen habe ich einfach abgewartet bis die Pfeilin leer waren genial gut und wo die Tür zu der ich jetzt muss ist die da oh mein Lieblingscreeper ist wieder da Moment ich glaube hier komme ich nicht weiter diese Geräusche machen mir Angst diese Geräusche machen mir Angst ich bin tot juhu ich hätte ja auch nur noch einen Sprung machen müssen oder so ne ich habe hier ich habe hier ich habe hier ich habe hier es das ist w w w Untertitelung. BR 2018 Okay, von hier auf gehen wir mal da hoch und schräg runter. Oh fuck, ist das knapp gewesen. Ja, ich merke schon, ich bin jetzt gerade nicht hier auf der sicheren Spur oder so. Ich zocke mit allerhöchstem Risiko. Da muss ich gleich hoch. Moment, hier sind gar keine Teile auf dem Boden. Hier kann ich sogar runter. Nein, 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 nein. Ah, fuck ja. So, auch das ist alles kein Problem mehr. Dafür mache ich es ja auch. Wow, 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 der Creeper ist hinter mir. Natürlich. Nein, ist er doch nicht. Ich wollte schon sagen, ich chill hier rum, obwohl der Creeper hinter mir ist. Letzt explodiert er gleich. Noch ein Item. Nein, 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 nein. Böse, 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 böse Respawn. Moment, wofür habe ich denn den Schild, verdammt nochmal? Aber ich glaube, ich brauche den Schild da ja auf der anderen Seite. Nein, Moment. Du auf eins und du auf drei. Nicht Kuh, nicht Kuh, ich will den Schild behalten. Gut. Also wird der hier durchgerannt. Und ich fall schon ohne fremde Pfeile hier runter. Nein! Okay, aber so geht's. Hey! Du hast du da auf mich abzuschießen? Ich schieße mal zurück, sobald ich einen Bogen habe. Ich hoffe, ich kriege hier einen Bogen, dann kann ich zurückschießen. Willst du mir sagen, du kannst nicht seitwärts... Doch, du kannst seitwärts hüpfen, geil. Du kannst aber auch runterfallen, ich hasse dich. Nein, du kannst nicht so weit gesprungen. Im Sprung vom Pfeil getroffen werden ist asozial. Ganz ehrlich gesagt, Alter! Mir reicht, dieser Schild nimmt mir so viel Sicht, ich sehe gar nichts mehr und das kann ich mir gerade überhaupt nicht leisten. Nein, zu weit gesprungen. Nein, jetzt! Geht kacken! Alter! Jetzt sag mir nicht, dass... Okay, ich schaue jetzt nur auf den Boden. Geht doch! Goldener Key! Ich hoffe, ich komme jetzt am anderen Ende raus, wenn ich sterbe. Nein, natürlich nicht. Ach, Menno. Willst du mir jetzt sagen, ich kriege den Sprung nicht mehr hin? Alter! Sag dir uncle... Fuck you! ... ... ... ... ... ... ... So, durch. Du bist ja schon wieder da. Hä? Hä? Habe ich was verpasst? Ach, Quatsch. Warum habe ich auf einmal Leben verloren? War da hinter mir was? Ich habe in den Stacheln gestorben. Nein, ich bin dämlich. Oh, kaputt. Moment, hier komme ich nicht weiter. Respawn. Gut. Kann ich hier irgendwie, äh, wohin hüpfen? Gut, das hat mich jetzt nur minimal Leben gekostet. Und hat mir was gebracht? Überhaupt nichts. Ah, gut, jetzt bin ich wieder auf dem Weg hier, klar. Genial. So, Silver Key. Mal kurz nach hinten schauen. Da ist nichts. Okay, dann stehen wir hier vor dem Bossraum des zweiten Dungeons. Einmal tief durchatmen.